ARD Text im Auftrag von Funk Die Tür geht nicht auf! Ich kann Sie hier mit Ihren Panikattacken nicht gebrauchen. Das sind keine Panikattacken. Ihre Mutter hat Panikattacken. Ich will nicht übersprechen! Holly! Holly! Ich hab heute einen wirklich wichtigen Termin. Um vier bin ich wieder da? Dann bekommst du das Wonder Woman-Kostüm, das du immer haben wolltest. Warte runter, sofort! Ich hab den nicht gesehen. Ich kann mir eh keine Gesichter merken. Bist du bescheuert? Ich schreie so lange, bis mich jemand hört! Scheiße. Nee, ich steck meinen Kopf nicht in dieses eklige Waschbecken. Da pinkeln seit fünf Jahren Truckfahrer rein. Du hast echt ein Aktionsproblem. Heute ist dein Glückstag. Du darfst in meine Suche. Bist du bescheuert? Du kannst deinen Beagle nicht mit auf Streife nehmen. Ja, kann sein, dass es jetzt kackt. Scheiße. Scheiße. Dein Outfit zieht voll und echt aus, voll der Abtörner. Ich bin kein Stripper. Ich bin Polizist. Ja klar, du hast bestimmt noch Handschellen dabei und deine Pistole ist mega geladen. Warum hab ich den Polizisten am Arsch denn? Das musst du mir nicht immer so laut sagen! Halt die Fresse! Wieso lässt denn die ihre Geisel nicht gehen? Vielleicht ist er gar keine Geisel. Ich bin nur die Geisel! Willst du dir jetzt helfen, oder was? Ich will dich gerade retten! Hey sweetheart, ich bin's. Zieh dich aus. Es tut mir leid, dass ich dich damit reingezogen hab. Ist nicht schlimm, ich hatte gerade eh nichts vor. Bist du eigentlich Brain oder Body? Ich hab das nicht so ganz verstanden. Sind die ein Team? Du steigst hier jetzt rein. Deine Mutter steigt da rein. Ich kann dich auch ohnmächtig hauen, dann hältst du's besser aus. Okay, ja. Okay.